Ein bisschen angetestet habe ich ja schon, aber wir machen ein neues Spiel. Auch lauter ging es wohl nicht. Nach dem Norden, die Pilgrims erleben die Wahrheit von alten Worten. Der Feuer fadiert, und die Königinnen gehen ohne Thronen. Der Feuer fadiert, und die Königin. Wenn die Link of Fire fadiert, die Bellen tolls. Einearfen die Old Lords of Cinder aus ihrer Graves. Aldrich, Saint of the Deep. Farran's Undead Legion, the Abyss Watchers. And the reclusive lord of the profaned capital. Yung the Giant. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead. Unfit, unfit even to be Cinder. And so it is, that ash seeketh embers. And so it is. Okay. Nalies, channel can't help me. Hi-TRD-Kind. Wie nennen wir uns? Chat. Wirft mal irgendeinen Namen in den... in den Chat. Jule, du hast doch immer stabile Namen noch. Alter Jung, keine Ahnung, scheißegal. So. Und hallo YouTube, by the way. Das läuft gerade im Stream. Aber hochgeladen wird es auch. Und, was wollte ich machen? Ich wollte, ich wollte, ich wollte irgendwas mit Geschicklichkeit. War nicht irgendwas mit Geschicklichkeit schon? Achso, Jule, wo warst du die ganze Zeit? Ja, äh, Smite is down, deswegen gibt es jetzt Dark Souls. Ah, Krieger. Ne, Geschicklichkeit wollte ich irgendwas mit 14. War wohl, Lassassine. Okay, wie soll der heißen? Gebt mal einen Namen. Ja, jetzt ist es zu spät, ihr Hunde. Wenn ihr drei Jahre braucht, könnt ihr auch nichts aufhören. Ja, Safe nenne ich den nicht so Marc. Hm, hm, hm. Ich hab einen viel besseren Namen reingetan, Jule. Du wirst ja schon merken. Also, ich hab schon wieder vergessen, was, was, wie das nochmal ging. Weil bis zum ersten Boss hab ich schon mal gespielt. Hab ich den falschen Charakter genommen? Ich wollte eigentlich einen mit Doppelschwert. Ich mach der viel ekelhafte Angriffe. Warte mal kurz. Nein, ich hab den falschen genommen, oder? Er hat einen Zauberstab. Ich schwör, das ist Gandalf. Ich hab den falschen genommen. Okay, wieder von euch. Wie tue ich beide? Jetzt, okay. Wer braucht schon ein Schild? Ich hab den falschen, ich hab den falschen. Und... Was geht, Bruder? Gib mir da eine Seele. Ist keine Seele? Dort. Ja. So, ne Abwehrhaltung hab ich nicht in dir. Hinter nem Angriff RB. Zack! In deine... In dein Arschloch. Okay. Danke. Shooter, das war... Shooter, das war... Das war der letzte Fall, den wir in deinem Leben geschossen hast. Und... Gegenstand benutzen. Ah shit! Das wollte ich nicht. Was soll's? Waffe beidhändig für eine rechte Hand. Waffenkunst. Achso, das war das da. Okay. Na ja, Mana brauche ich ja gar nicht, oder? Brauche ich Mana? So, setz dich zum Leuchtfeuer. Da, 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 da. Mehr braucht man hier nicht. Das ist hier, das ist da. Leuchtfeuer, das denn. Bruder! Komm da her. Ticka, ist sie, Alter. Hey, Dodo, was geht? Wieso schaffe ich das nie? Bam, in deine Fresse, Alter. Okay. Pissi. Was geht? Trainingsboss. Ist party hard, blude. Okay. See ya, Nyx. Okay. Absada. Mistgeburt! Ich brauche meine Seelen. Jetzt nehme ich einen Doppelschwerter und verwende nicht mal beide Schwerter. Ist auch dumm. Ja, komm her, sterb. Oh, ich hoffe, ich scheiße. Ich will nicht lügen, King. Ich fange zum ersten Mal in meinem Leben mit Dark Souls gerade an. Also, von mir brauche ich keine Hilfe erwarten, Alter. Sorry. Ich brauche erstmal meine Seelen, Alter. Komm her, Rund. Ich brauche nur meine Seelen. Ich werde dich nur hierher locken. Okay. Dein Leben ist bald zu Ende, Bruder. Alles klar. Jetzt tut mir leid. Entschuldigung. Aber... Entschuldigung. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Fickfresse. Nein, ich will nicht auf PS4. Das ist PC. Mit Controller. Das Motto ist auf jeden Fall aufs Maul bekommen, Alter. Missgeburt. Achso, das habe ich schon genommen. Okay. Was war das überhaupt, was ich genommen habe? Brenn in Hölle. Wo sind meine Seelen? Der Boss ist in die richtige Missgeburt. Meine Seelen sind dahinter, okay. Komm, spring. Spring, spring, spring. Tut mir leid. Ich würde sagen, auswohle. Ich würde mal sagen, ausweichen, oder? Lieber. Nein, da kommt noch ein dritter Angriff. Okay. Okay, okay. Warte, warte, warte. Bruder, chill. Ah, warte, warte, warte. Ah, warte, warte. Nein. Oh, jetzt kriege ich aufs Maul. Oh mein Gott. Fick mich ins Kiel. Trick, 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 trick. Oh Gott. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ja, ist sie, Alter. Ja, ist sie, Alter. Tigger, der war nichts. Nichts warst du. Jetzt lassen wir erst mal kurz. Tigger. Der Boss war gar nichts, Alter. Hab ich ja mit links gemacht. Ich hab mich nicht mal konzentriert, Alter. Was geht dir noch? Smite ist down, Alter. Die Servo sind gerade. Also Ranked ist down, deswegen. Ich hatte keinen Bock zu warten. Du kannst nicht. Bye, bye. Ähm. Geht ihr? Geht ihr? Eine gefüllte Ewigkeit später. Wo speichert man eigentlich immer? Am Lagerfeuer, oder wie? Hab's jetzt nicht kapiert. Ich glaub schon, am Lagerfeuer speichert man. Oh, ihr Hunde. Brennet in Höhle. Ah, okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Ah, es tut mir leid. Du stirbst gerade denn. Warte, warte. Warte, warte. Süßer Hund. Schöner, süßer Hund. Okay, stirb. Hier, ich kick dich sogar. Okay, ich wollte dich ja nicht runterkicken. Ja, was geht dort, man? Ja, was sehen deine Augen hier? Dark Souls 3. Dann. Ist halt echt so, gell? Der Boss hat mir... Ja, okay, Digi. Aber wenn der Boss mich einmal getroffen hat, hat der mein Leben genommen, der Hund. Letztes Mal, als ich... Also, ich hab ja das Spiel schon bis zum ersten Boss gezockt. Letztes Mal hab ich aus Versehen, den da drüben angegriffen. Danach hat er mein Leben gefickt, Alter. Gundir, den Homo schon besiegt. Äh, Dirtman... Ich hab den Trainingsboss besiegt. Also, das war der erste, den ich... Bis jetzt... Sonst hab ich noch nichts gemacht. Zusammenbrechen. Das war Gundir, okay. Dankeschön. Auf zu labern. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignness souls. So. Also, ich will auf Attack Speed bauen. Und, äh... Stärke... Und... Leben. So, als die Fist. Achso, hat sie das gesagt? Ja, okay. Wusste ich nicht, Alter. Danach. Dirtman. Ich hab... Warte. Geschicklichkeit, Kondition und Vitalität. Kondition. Ey, ich dachte, Stärke ist Stärke. Also, wieso ist Kondition auf einmal Stärke? Das heißt, was mach ich jetzt? Soll ich jetzt erstmal auf, äh... Kondition? Aber Ausdauer brauch ich schon, gell? Ich krieg nur zwei Ausdauer dazu. Statt 95, 97. Nimm mir doch gleich meine Nieren, Digga. Was ist das? Das spricht ja gar nichts. Wie viel kann ich skillen? Viermal. Guck mal, wie viel die mir geben. Digga. Gott, das ist doch gar nichts. Von 97 auf 98, Digga. Ehre. Nur auf Vitalität und Kondition Level. Aber ich will schon Attack Speed irgendwann gehen. Soll ich dann so machen, oder wie? Viel Leben hab ich dann jetzt... Ja, okay, immerhin krieg ich gut Leben. Aber die... Alter, das was ich hier krieg, ist ja... Ich bin ja Almosen. Schlimmer als Almosen. Okay, mach mal so. Oder? Kann die mal aufhören, im Hintergrund zu labern, Alter? Stimmt eigentlich, gell? Also ich wollte jetzt... Kann ich das nicht abziehen, oder so? Kann ich nicht Kondition einfach hochballern, weil... Nee, ich will das auf Dings... Ich will, äh... Ich will das auf Dings spielen. Also wir machen's jetzt so, okay? Weil ich will das auf Troll-Basis spielen. Also ich will schon ein bisschen rumtrollen. Dann mach ich jetzt Fett-Kondition, danach mach mal Fett-Vitalität und danach mach mal Fett auf Dings. Geschicklichkeit ist nicht Attack-Speed. Nicht? Was ist dann Attack-Speed? Gibt's hier überhaupt Attack-Speed? Was ist dann Geschicklichkeit überhaupt? Attack-Speed kommt auf die Waffe an. Das heißt, ich muss Geschicklichkeit gar nicht skillen, oder wie? Ah. Du hältst einfach mal dein Schnauzen erstmal. Waffenschaden skaliert entweder mit Stärke oder Geschicklichkeit. Okay. Geschicklichkeit ist nur ein Multiplikator. Das heißt... Was heißt das jetzt? Soll ich Geschicklichkeit überhaupt hoch machen? Also wenn's sich nicht lohnt, wenn ich den Shit mit auch mit Waffen rausholen kann, dann brauch ich's ja nicht, oder? Kommt drauf an, welche Waffe... Keine Ahnung, Digga. Geh mal in dein Inventar. Geh ich in mein Inventar? Das sind grad meine Waffen. Krieg ich von denen extra? Links? Geschicklichkeit oder so'n Shit? Attribut-Bonus. Okay. Doppelschwerter spielt man auf Geschicklichkeit. Ja, okay, weil ich will Doppelschwerter spielen. Ich stärke jetzt die Geschicklichkeit. 16. Okay. Ja gut. Dann guck mal, dass wir immer Doppelschwerter nehmen, die auf Fettgeschicklichkeit gehen, oder wie? Wozu fickt man sich überhaupt denn? Das ist, äh... Irgendwie nicht richtig. Das geht, Proto. Ja gut. Well, a newcomer, I see. I am Angrey. I serve at this shrine as a humble smith. You're in search of the lords of Sindhu. I travel a toilsome journey, I wager. Let me smith your weapons. I am a smith. Such as my purpose. Wenn du Vitalität hast und Konditionen zwischen 30 und 40 hast, geschicklicher auf 60. Okay. Soll ich hier irgendwas überhaupt verstärken? Oder bringt das überhaupt was? Ja okay, dann mach ich's eben so, dass ich geschicklicher auf 60 baller und dann kann ich Vitalität hochballern. Und Kondition. Okay, dann brauchen wir hier nicht mehr machen. Auf zu labern. Was verkaufst du, Dunth? Soll ich dann? Ja okay, dann kann ich ja Vitalität hochballern. Nächstes Mal baller ich Vitalität hoch, dann hab ich genug Leben. Ist eher ein bisschen mehr Leben, sagt man mal so. Was ist das? Brandbombe. Brauch ich so einen Scheiß überhaupt? Pfeilung. Pfeilung. Wäre auch nice gewesen eigentlich. Gegenstand verkaufen. Kann ich irgendwas verkaufen hier, was ich nicht brauche? Benutzen um Seelen zu erhalten. Heimatknochen. Um Leuchtfeuer oder Schreien der letzten Rast zurückkehren. Okay, das ist schon nice. Die Seelen kannst du immer verkaufen. Okay. Tschüss. Also gut. Ashen One. Schaut sie, ich muss weiter. Wenn ich wüsste, wo ich lang muss, Alter. Genau. Nee, da geht's immer noch herunter. Muss ich zu der Tuss? Ich hab's vergessen. Hab's zu labern. Hast du den Schwertmeister links vom Tempel besiegt? Äh, nee. Ich glaub nicht. Zum Leuchtfeuer in die Mitte. Den Schwertmeister, meinst du den Schmied? Muss man gegen ihn kämpfen? Geh raus und dann links vom Eingang ist... ein NPC. Ein NPC. Du meinst den da? Den hab ich schon mal angegriffen. Der hat mich gefickt. Das ganze Game über. Oder in meinen Eier, glaub ich dir noch. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Fimmt euch! Fickt euch! holT 6 6 6 6 6 8 Untertitelung des ZDF, 2020